Musik Wir sind jetzt hier vor so einer Reporter-Kabine und wir wollen jetzt mal schauen, was die Reporter hier für Arbeitsbedingungen haben. Also wir gehen jetzt mal hinein. Eine kleine Kabine, ist nicht sehr geräumig, zweimal zwei Meter, aber Technik überall. Hier auf dem Monitor sehen wir auch gerade, wie wir in die Kabine gegangen sind. Was wir natürlich hier haben, ist ein wunderbarer Blick auf das Stadion und auf die Leinwände und eine kleine Heizung haben sie auch, damit sie hier nicht erfrieren, aber schön windgeschützt ist es. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.